so ohne schicke treppe der herr ja nett nett hier hat es mir noch gefehlt dann bin ich fertig mit den steinen und gehe euch damit nicht mehr auf den keks warum geht es jetzt nicht ach nee das ist das katapult welches da wo ich gerade stehe nee das ist so barrikaden halt so ok da kommen die auch nicht hoch und wenn die reinlaufen kriegt man schaden also nur reinde ok sehr gut wie sieht es aus essen trinken trinken sollte ich etwas und ich kann auch noch mal schlafen gehen dann wieder hell wäre auch eine möglichkeit hier ist alles schon das mit den steinen ist echt nicht ohne ok können wir mal schlafen gehen und ein bisschen speichern aber wenn man die nicht verbrennen dann verwesen die ja schon oben das tor unterhalb von unserem ding sieht ein bisschen komisch aus ja ich bin gespannt wie es nachher fertig ist das stimmt muss mal durch durch kriechen recht nein so schlimm ich glaube schon echt ok ok also ich bin oben wo bist du auch oben ok muss ich jetzt noch mal z drücken tatsache ja ich habe schon die steinmauer beschädigt wer da muss ich reparieren ach du mei 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 nix kann man so heiße einmal eine schlückchen trinken so super bleib hier mein freund bleib hier also ein steinemangel ist auf jeden fall nicht also ein steinemangel ist auf jeden fall nicht noch mal ein bisschen stoff mitgenommen so hier mal rüber das wird uns eine weile lang beschäftigen aber immer wenn man ein bisschen was mitnehmen kommen wir schritt für schritt voran ja oh ich sollte glaub was essen hm hm wäre nicht schlecht hab ja noch was zum braten wie steine kann ich denn eigentlich mitschleppen das ist alles voll ich höre und was sehen tue ich jetzt mal nichts vielleicht war es auch ich ich hab da auch geschrieben ah ok der magenknurrt also wer was zum essen braucht schlägt grad was offen irgendwie hat das nicht gegessen ach jetzt ach da muss ich gar nicht die waffe wechseln das macht er automatisch das war praktisch und los da hängen die menschenteile ähm ich wollte mir ein bisschen knochen stibizen nein warte so rum so war das noch mal und dann noch mal stopp ah Mist nein das war die falsche taste wie viel habe ich noch ach schade schade alles wieder zurück jetzt muss ich aufhören zu summen nicht dass nachher ne ähm hier ja da kommt wieder einer hi oh mir kommt auch ein noch mal schaden die muss orientieren ja Virginia ah ok ja das ist so, die hinein auch scheiße Achtung, Achtung hinter dir die müssen wir mit Explosives töten die geht dann auf die Hinterfüße und dann geht's los das gibt's eigentlich, wieso muss ich so auf den Bauch schlagen wo ist sie, wo ist sie, du bist da und zu mir nicht ach, die ist echt ein bisschen ekelhaft also Feuerpfeile wären glaube ich ein Vorteil ja, ich weiß aus dem Stegreif gerade keine, wie man die macht Stoff, Alkohol und Pfeile du bastelst gerade ja der war gut der war echt gut ja, im Wasser kann sie auch, kein Problem ach, ok schwimmen können die auch oh, sie ist ertrunken, wundervoll ne, nicht wirklich wunderbar, sie ist ertrunken oh, genial ok, gut, sehr gut also wenn du beim Bogenschießen abbrechen willst, kriegst du einfach die rechte Maustaste ah, das hab ich beim letzten Mal, das hab ich nicht so ganz gehabt haben sie das bei den Aufnahmen gesehen? ja tut mir leid ja, ein bisschen unangenehm ich hab's mir letztes Mal schon gedacht, ich sollte mal gucken, wie ich das unterbinde ja, da wollte ich bloß mal sagen ja, ok, gut, danke rein, beiläufig ähm, okay sonst finde ich mal die Pfeile nicht, wo man dann nachher verschossen hat nein kann ich wieder nix mitnehmen wo haben wir denn stehen geblieben? ich glaub, die kommen immer aus dem, aus dem großen Loch raus irgendwie ja, das, das, das kann auch sein was war denn das jetzt? ah, da muss man draufstehen, oder wie hast du das gemacht? ah was? nein mit dem Feuer ja, da muss man draufstehen oh, jetzt kommt schon wieder welche stickies oh, ich hab kein Leben mehr oh, ich bin schon wieder tot das gibt's doch nicht der, was ist denn heute los mit dir? ist ja schlimm du sollst einfach immer meditieren du sollst immer die meditieren du sollst immer die meditieren einmal down bar so, jetzt halte ich so lange immer drauf, bis ihr wirklich platt seid Mann, Mann, Mann geht's? ja, ja, geht ja ja, wäre schon medizin da liegt so viel rum na da habe ich keine steine mehr wäre ja doof es wäre ja nicht so, als würden 5 Millionen rumliegen ja schön so, noch was kleines eingestellt leben sie noch? sind sie noch da? ja, ich lebe noch ok das mit der roten Farbe ist ne nette Sache da braucht man bestimmte Pflanzen für, oder wie war das? ah ja, da gibt's... oh, es gibt schon wieder drei ähm, da gibt's... ähm, da gibt's eine Pflanze, die Orange die muss man mit Treceps kombinieren dann gibt's so ne Farbe ah, du bist ja schon da ok atmet der noch? nein irgendwie rennen die jetzt alle weg ja, die... hm, okay die mögen dich nicht die können irgendwie schneller rennen, wie ich ja, die sind ja mega schnell, das stimmt kleine Stickys gibt's hier ein paar Bäumchen da drüben sind zwei, drei Stück so so ein Frosch ich denke, wir sind safe ja, jetzt haben wir einige Steine ja, jetzt haben wir einiges den gönne ich mir und Hauruck ich soll jetzt auch mal Hasen jagen da schöne Kartana Kartana ähm, Hasche zufällig Dings übrig ähm Hasenfell ähm ja also das war nochmal hier hier so ah, dankeschön sehr so, jetzt hab ich glaub drei ja müssten drei sein und dann Seile aber ich mein, du brauchst nur zwei Seile zwei Seile zwei meine ich die Liste stimmt nicht mehr so richtig die ist nicht mehr so brandaktuell ich bin mal aufgefahren zwei Seile, drei äh, drei Drei Rappage Oh, jetzt hab ich mir die Schuhe gebaut ah, ist auch gut klar ja, egal hab ich tolle Schuhe jetzt hast du tolle Schuhe das ist gut, dass wenn die Schuhe einmal gemacht sind, dann musst du sie nicht nochmal machen ja so Och, Jungen Ach, jetzt ist er hier da springt er über mich drüber sag mal komm da weg, sonst mach ich das wieder kaputt mit meinem Talent äh okay, da rennt ein Hase im Kreis und das ist nur nicht ein Bett Verdammt noch einer keiner da drüben und da sind ein paar Stickis die nehmen wir auch mit Oh Oh Hallo Treffer Der war nicht schlecht Hol dein Bogen äh, dein Bogen dein Pfeil Ja Ich tu mal ein bisschen was trocknen Jep also Wahnsinn Steine noch und nöcher So die nehmen wir wieder weg dass man den Stoff bekommt Ja das krieg ich noch hin Wir kriegen es noch voll, wir kriegen es noch voll Ah, die Wand noch fertig zu bekommen wäre voll geil Äh, die Steine meine ich halt Ja Ähm, Hasi Wie sieht es aus mit Essen? Das geht noch, das kann man auch noch ein bisschen ziehen Da haben die getrocknen Sachen wenn die getrocknen sind kann man die auch mitnehmen Wir haben immer einen Vorrat zum Essen dabei Ja Ja, ich bräuchte leider noch einen So Okay So Müssen wir nachher wieder ewig viel Holz hacken Ja Dann heißt es The Forest, nicht mehr The Forest sondern The Grassland Gut So Jo 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 Pflanzen kann man sich ja auch noch anbauen Ja Ja So Das, das, das Das Stick Collected So Wo ist er? Ah, Mann Irgendwann treff ich hinten mal Irgendwann So 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 Mal wieder gucken Wegen der Aufnahme Bin ich mal gespannt Wie sehr sie diesmal zuckelt Ja Zwar die FTS ein bisschen runter gezogen Aber Ja Leidet ja nachher die Grafik Ja Ja Also mach ich gerade eine Pause, oder? Nö, nö Alles okay Okay Ah, alles okay Wahnsinn Was machen sie denn gerade? Was machen sie denn gerade? Ich bin hier Hinter ihnen Hinter mir noch Juhu 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 Und tot Wie oft bist du jetzt heute drauf gegangen? Ähm, viermal Viermal Gefühlt viermal Da geschlüssel ich dir mal Dann können wir nächstes Mal gucken, woher wir diese schöne Axt bekommen Das wäre ja auch mal eine nette Sache Ja Tauchanzug, oder in die Höhle wäre auch mal eine Idee Ja, dann die Öffnung da Tatsache, da ist eine Höhle Ja Oh, war ganz gut voran Ja So Hört sich gut an Ein paar Stickies mitnehmen, bevor es ganz dunkel wird Wie sieht die Kondition aus? Sieht noch gut aus Das gibt's nicht Weißt du, ich übe seit drei Stunden, ne Und er Wurft halt einmal Hehehe Er wirft halt einmal Wo ist er jetzt? Da Na Und das gibt es. So, in meinem Leben noch nie so viele Steine gesammelt. Oh, eine Feder. Wow. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis sie wieder angreifen. Ja. Haben wir ein komplettes Paket gehabt. Als die zwei Riesen am Start waren. Gibt es aber noch größer, ne? Oder sind die... Gibt es noch größere. Gibt es noch größere. Gibt es noch größere. Gibt es noch größere. so essen 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 da kann noch nicht hochlaufen hoch 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 mach das feuer an so der rest könnte eigentlich hinhängen nö geht gar nicht das feuer wärmt und so einmal vor allem sogar der rest darf du haben wenn er eigentlich auch satt egal egal bevor es verbrennt ist man es lieber ja richtig ich habe keine steinchen mehr sagen wir es aber gleich geschafft zumindest mit den steinen mal hasi du hast dir jetzt so einen beutel immer noch nicht gemacht ne ne aber schicke schuhe hat er an ja so can't carry any mehr rocks so beiläufig mal ein vogel mitgenommen das ist nicht scheiß hause ja das mit dem feil und bohren ist auch so eine gefühlssache schön hier so so dann mal wieder hier rüber wieder au au danke gibt's doch gar nicht da denke ich ich kann immer wieder mal ein vogel mitnehmen wird nix draus krass wie schnell die steine wieder respawn ja schon relativ schnell so und hier ja 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 Vielen Dank.